ja liebe leute herzlichen willkommen zu let's play gta 5 was war das in der letzten folge abmarsch raus da in der letzten folge haben wir mit dem trevor mal eben den puff übernommen das von der unikon und dann haben wir uns mit ein paar aliens ja mehr oder weniger duelliert und heute gehen wir mit trevor mal weiter beziehungsweise bei trevor sind wir besuchen mal so einen neuen laden mit michael unterwegs lecker mir macht die müde da weg ich muss jetzt gerade gucken ich hoffe ich habe mich ein bisschen verfahren ach ja also ich nehme eine andere mühle ich nehme den hier der ist schön so die karin gibt es ja auch im online modus hier also der hier zum beispiel den gab es im online modus und habe ich glaube ich irgendwo in irgendeiner garage stehen also auf meinem haupt account so jetzt bin ich mal gespannt was hier komm komm jawohl ja die so gut hier so sucht denn abgeschiedenes plätzchen also wenn das nicht abgeschieden ist dann weiß ich nicht alles fangen wir mit dem kleinen baustell an oh ja wir können immer den haare nehmen und die so gut so gut So, da geht's mal weiter. Der guckt gar nicht hin. Das ist doch doch für ein Mann. Ja, ich fühle mich etwas. Ich bin auch bereit für Party. Oh, Baby. Vielleicht möchtest du etwas mehr? Oh ja, das fühlt sich so unglaublich. Oh ja, du bist so hoch. Was? So. Jetzt kann die Alte aber rausgehen. Bitte was? Gut. Ja. Oh, die Kollegen haben zugeguckt, ne? Böse Spanner. So, genau. Was wollten wir eigentlich gemacht haben? Also, ja, Trevor. Das war so der Plage an der Sache. Was ist das denn? Ich frage, jetzt kommen wir da rein. Nein. Also, müssen wir den Weg nach vorne rum machen. Ach komm, ich fahre mit dem Auto. Scheiß drauf. Wenn wir schon so eine Protzkarre geklaut haben, dann fahren wir sie auch. Scheiß auf die Karre. So, dann gehen wir mal da rein. Ja, schön. Ja, hört sich scheiße an, aber ich habe die Musik ja bewusst auf leise. So. Ja, ich überlege gerade. Warte mal, was haben wir denn gemacht? Hä, wir machen nur. Komm. Eigentlich wollte ich... Ein paar Tage, das ist begonnen. Hallöchen. Ausspähen des großen Dings. Ja, ich bin fertig mit diesem verrückten Scheiß. Okay? Ich will alles wegschrauben mit Meriwether. Ich will sicher, dass die Agenz nicht nach uns zurückkommt. Und dann mache ich noch eine letzte große Anzahl. Und dann kannst du zurückkommen mit deiner Familie. Ich werde hier leben. Ich werde dieses gute Geschäft machen, die Menschen eine gute Zeit zeigen. Und dann bin ich, Brad, aus der Präsen, und dann, du weißt, glücklich. Also, wie kam ihr hier bei diesem Ort? Ich hatte es für Jahre. Also, du musst wissen, Leon, der alten Manager. Leon? Nein. Ja, egal, Mann. Also, was geht hier? Was geht hier, ist das große Angelegenheit. Ein langer, langer Zeit, in einem weit entfernen Ort, gab es drei Leute, Michael, Trevor und Lester. Und Brad? Ja, klar. Brad war da manchmal auch. Ich meine, es gab auch andere Leute. Also, wir robben, blühten und verletzten die Leute. Wir leben, wie wir, ein wenig Leben langer Leben langer. Aber immer träumen, von einer Sache und einer Sache nur. Der große Angelegenheit. Der große Angelegenheit. Der große Angelegenheit! Was ist der große Angelegenheit? Der Unionsdepository. Um 200 Millionen in Goldbrüchst, alle von Kindly Uncle Sam, die wir die ganze Zeit haben, zu schützen, von offiziensten, wenn wir durch das Angelegenheit leben. Aber... Es wird mein, äh, unser Masterpiece sein. Also, Damen und Herren, lasst uns unser, civic-Duty, und gehen raus und finden etwas gewaltige Arbeit. Das hier. Let's go. Yo. Steig in dein Auto. Zwölf Minuten nochmal Zeit. Oh, renn wir. Es gibt ein paar Armored-Cars und eine Drei-Run zu dem Depository. Intel sagt, dass sie nach Innocent Boulevard in East L.S. an ungefähr 15.30 Uhr. Trevor und ich müssen ihre Route für ein möglicher Hijackpunkt. Also, wir gehen zu seinem Flugzeug in Blaine County und kommen zurück in seinem Chopper um Intercept. Michael, Franklin, all du musst, ist, nehmen die Temperatur an der Bank, und sehen, ob es gibt nichts, wie es aussieht. Hey, wir, äh, nehmen die Temperatur. Ja, ihr wisst, ein Gefühl für es. Security, Exitroute, General Biden. Alright. Dann fahren wir mit Michael Schwarzer Bank. So, wir sollen uns den Hintereingang mal angucken. Haha. Ja. Schon okay. Boah, ich weiß, die Karabau, wo die Felge gehen, die haben einfach gar nichts. But you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserve, yeah, you thinking they put more than one motherfucker yeah, huh? Maybe we really are broke, Trevor, how are you doing? Genau. Das macht er erstmal. Ich mag die Klochwerke, Mikey. Ich mag die Klochwerke. So. Du hast vorher schon erwähnt, was ich dir mit dir helfen kann. Ich hab noch nicht mit Mike über das Wort gesprochen, aber er wird auf dem Bord. Er ist obligiert. Was ist das? Ist das nicht wahr? Er löst den Brad aus der Klinke. Warum sprichst du mit Michael über das Wort? Oh, gut. Ich würde dir bezahlen, Mann. Wenn es nicht ein gewisses Profit gibt, bist du ein schwerer Typ, um zu motivieren. Fahr zum Flugplatz. Dann machen wir das doch. Das ist ein bisschen ein Motorradfahrer. GTA-Krankheit, sorry. Aber sowas. Natürlich nur ein Spiel macht, würde er nicht auf die offene Straße begeben und irgendwelche Fahrradfahrer, Motorradfahrer umfahren. Ich steige den Heli. Neu dann. Flieg nach Murrieta Heizsacke. Machen wir das doch. Mike's observations fit with your state. Be careful not to get too close to the prison. We'll trip an alarm. Good point. Don't want him jumpy for the breakout. Ah, yeah. So far, yeah. The security's internal rather than external. It's quiet enough that any disturbance is going to get picked up immediately. But what those two don't know is, there's a special team of cops on standby 24-7 waiting on a signal from the UD. Won't go out on any other call. And it's never been hit. Man. Those guys must get bored. They may be cops, but they work for the government. There's nothing government workers love more than to accept tax dollars for doing nothing. Oh, yeah. That and spying on innocent people. Hmm. Getting paid to do nothing and spying on innocent people. Now, who does that remind me of? Anyway, if we want to hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do. So we'd have to hit it twice. Once to distract them and once to get it done. You're gonna find someone willing to get caught hitting a super bank just as a distraction. I was thinking, Michael. It might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. Come in, Michael. We have a visual on the convoy. Keep with him, T. Do whatever Les needs you to do. We're mapping the route and finding an ambush point. Stay with them. What kind of ambush spot are we looking for? I tend to wait in the jaw and catch them with their drawers down, but I guess that won't work here. No, it won't. We're looking for somewhere with cover for us and no escape routes for them. Ah, the same principle as a men's room. Yeah. I guess. We're looking for a quick break. Let's go. We're looking for a quick break. We're looking for a quick break. Let's see you in the next episode. See you in the next video, Meinheit Bis dann, Tschüss! Bye after the follow! Bye!